Wir kennen uns einfach sehr gut und sehr lange und es gibt eine Menge, Menge Erinnerungen. Natürlich zu dem Ding, es gibt Fotos, Auftritte, jeden Scheiß. Und manchmal lacht man sich immer noch tot vor Sachen, die vor zehn Jahren passiert sind. Zum Beispiel das hier wird eine große Erinnerung werden auch. Die Bänder reißt beim Ball zurückschießen. Das ist ja was, was viele nicht wissen, aber wir haben ja wirklich einen sportlichen Superstar, der Welterfolge schon gefeiert hat in seinem Genre, in unseren Reihen sitzen. Mittlerweile hat er leider eine bleibende Verletzung. Aber das ist der Schuh, der ist Aiblinger Meister im Fußball, Stadtmeister. Ich laufe normalerweise auch mit einer eigenen Einblendung um, die ich mir dann immer so ungefähr auf Bildkante reinhalte, von der Seite so. Um den Bauch zu verdecken und die sportlichen Großleistungen nochmal herauszustellen.